Der Mistkerl hat eine brillante Tarnung! Finde den Kerl und gib ihm was er verdient! Haha, wie kreis! Nein, nicht, Alter! Du hast dir gerade erst mal 200 erbaut, aber... Was er denn da? Was er denn da? Man muss das wieder hin? Das ist ein bisschen wasser Faltiger. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Ja, das war schon. Warte mal, ich muss da noch so rein. Hey, ich weiß nicht, keiner. Juh, Juh, Juh! Weiter, ja. also ist man genau sie bei wiesen ich muss da hoch dann habe ich auch da habe ich auch vertrauen jetzt das rechte auch ein als ob ich nicht schon genug probleme hätte halt keinen schritt weiter was man so rum erzählt lass mich vorbei du kannst reingehen letzte scheiß das hätte ich dir vorher sagen können das kenne ich schon klar der ist gar reingekommen was willst du oh nein nicht schon wieder bitte du bist gar kein ork wie bist du hier reingekommen wer bist du mein name ist wenzel ich bin paladin und komme aus monterer habe dort gegen die orks gekämpft was ist in monterer passiert eines morgens kurz bevor die sonne auf das war dann das aus fast die hälfte von uns fanden den tod alle anderen wurden versklavt wo liegt dieses monterer im norden du musst das gebirge dass die küste vom inland trennt überqueren um dorthin zu gelangen ich habe dein kelch gerettet gut gemacht ich bin stolz auf dich der kelch musst du den feuer magien es ist ein feuerkelch sie selten und äußerst wertvoll mir weiß ich leider auch nicht über das ding warum bist du gefangener und kein sklave einer ihrer sklavenjäger hat mich hierher verschleppt und mich an die orks verkauft seitdem kommen die orks jeden tag zu mir und verhören mich ich soll ihnen verraten wo sich das rebellenlager reddok befindet was weißt du über reddok reddok ist hier an der küste der einzige zufluchtsort für uns rebellen ich werde eher sterben als jemanden zu verraten wo sich meine brüder versteckt halten wo gibt es noch rebellen außer ein reddok sie sind überall im ganzen land gibt es gruppen die sich den orks entgegenstellen sie verstecken sich im wald in höhlen oder in den klippen die orks werden sie niemals alle finden wir werden erst tun wenn unser königreich wieder frei ist lass uns die stadt auseinandernehmen es gab schon viele die das mit mir wollten und du bist der erste dem ich das auch zutrauen aber wir beide alleine das wird trotzdem verdammt schwer überlegt dir das gut wir brauchen keine unterstützung lasst uns jetzt kämpfen ich werde kämpfen bis in den tod ich meine man kann nicht weiter auch noch mal die seiten weg sind ich werde wenn es aber auch nicht jetzt macht er wo na warte hä hä ich hab warte mit irgendeiner anderen Seite da alter was haben die da ist haste hier hier sagen wir den der Alter, alle auf mich oder was? Sogar der tut den ja eben mal drüber. Verstehe ich gar nicht. Ist das jetzt irgendwo gescheitert? Nee. Warte, die Banditentlage? Guck hier mal. Nee, das kannst du doch gar nicht mal. Der Typ, der hilft die Leute. Zieh los, warte. Bringe Ur-Kraft. Ja, das ist dringend. Hier. Ja, super. Warte, warte. Echt? Ja, ich muss dazu, oder? Ja, warte. Warte, warte. Ja, mach das. Ja. Ok, dann geht's mal zu wissen. Jawohl, Tobias. Ja. Jawohl, Tobias. Ja. Ja, willkommen. Ich muss gerade mal was gucken. Ich hab gerade das... Vielleicht... Warte mal. Das lassen wir mal ein. Steuerung. Ja. So, ist alles richtig. Ja. Was ist das? Nein, ich war einfach meine Schuld. Tag 5. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir morgen sind. Da waren. Es war einmal hängen geblieben. Ich weiß auch nicht. Das lag. Ich hab nix im Hintergrund laufen. Außer Skype. Das ist ja immer da. Aber es war nix. Außer Skype. Aber jetzt ist kein Skype on. Äh, also ich hab nur noch das an. Weil ich versuch's mal mit dem. Sonst läuft gar nix mehr. Ich mein, das hat nur gehabt. Selbst das Menübild hat mal, hab ich gesehen. Äh, flackerte so. Also... Flackerte, wenn man zum Beispiel Karte aufmacht, flackerte die Karte. Das war scheiß, oder? Ja. Und ja. Jetzt weiß ich auch, wie man die Karte holt, wo man ist. Ja. Find ich gut. Flackerte im. Entschuldigung, particule. WuI décidé. Starte. jetzt! Wo sind wir denn eigentlich? Ach mit częlus. Wo? ich muss noch die Hunde und Wölfe killen, super, ich stelle es mal gerade mal ein, ich weiß auch nicht, das müsste du da sein, so ist übrigens auch noch hier, hier ist schon eine Senkung, das passiert eigentlich hier, das Klicke, so jetzt aber, ich weiß nicht, ob das jetzt okay ist, ich hoffe es aber klappt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das durchspielen will, denn irgendwie, ja fehlt hier der Spaß dazu, zum Spiel, der erste Punkt zu sagen, ich fand ich wohl so ein einspruchsvoller, finde ich, also, es hackt jetzt auch wieder, ach man, ich hab nix hin und laufen, nur dieses Ding läuft, wenn es wieder hängen bleibt, dann hab ich keinen Bock mehr, wieder euch teils zu machen, aber es ist ein abgebrochener Teil und so, ja, scheiß drauf dann. Ich wusste den hungenigen Wolf, der hat töten, dann kommen wir zu Redoc, äh, zu den Typen, danach zu Redoc, der, den wir auch einmal besiegt haben, aber nicht gezeigt wurde. Dann hätte ich echt gekillt, dieser schwache, ja. Dann ist der hungenige Wolf, ja komm, halt die Fresse, Junge, schwör, Alter, so ein Arschloch, wirklich, der guckt nur zu, ey, ich mach nicht mal über den mit, also der ist für die Orks, ne, ja, dann bin ich für die Rebellen, was macht die denn jetzt da, also ich mein, meine Schildkröte, ich hör so einen Hintergrund, BOOM, 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 So, 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 so.. Ich mein... Das�� kann man ja immer noch. Spiegel, also, ihr denkt auch, hängt das jetzt schon wieder, nein, dann das ist nur Speichern ist doch immer so. Ich finde die Menschen sind irgendwie verschlechter perfekt. Fand ich mir riesen besser. Ich geh wie ein besoffener. Oh, ich geh hier rein. Müsste ich? Nee. Jens, der Jäger meint, du bist zu gebrauchen. Wie? Zu gebrauchen? Die hungrigen Wölfe sind Geschichte. Du hast dich um die Wölfe gekümmert. Ja, ich brauche nicht alles wieder zu wissen. Du hast es ge... Halt! Ah, das ist cool und jetzt muss man wieder hin. Du meine ich... ...sie... ...dass wir wirken. Das ist nicht... ...was... ...ich... ...winteresschalat.